der wochennehmer ja haben wir die werkbank verbessert ja passt bank 2 maschinenpistole gibt es ein scharfschützen ding da ist ein bumpgang doppelläufige sturmgewehr leise oder es ist ein repetiergewehr und ist das sturmgewehr das hat sie so dumm ach so die muss man herstellen ok genauer schleuder oder raketenwerfer soll man die herstellen oder nicht ja es ist voll schwarz ab die hat jahren und schäu den pferdpistolen oder ja faustfeuerwaffe leise schäu den pferdpistole ich habe nicht gemacht wirklich nein machen wir aber schon das quer maschinenpistole ok ok siegenplattenwerfer v2 warte das nicht mehr so, oder? Sonst kann ich gar nichts mehr herstellen. Alter, das bleibt ja gleich. Schaden. Handhabung. 7, 2. 7, 2. 3, 7, 2 haben wir geschaut. Scharf, scharf schützengewehr. 1, 2. Das ist ein gescheiter Herr. Oh, oder? Ah, ah, ah. Wollte eintauschen. Oh, ja schon. Gibt es da irgendwo ein Viech? Was? Gegen 4? Gegen je 4 Lösemittel eintauschen. Was soll denn da? Ah, ja. Oder ein Krokodil. Jetzt denke ich, äh. Torscher, Wolfshaut. Ja, gel. Gegner für je 30 Titan. Wolfshaut. Schwarzbär. Na, oh Gott. Ja, aber Angel bringt eigentlich nicht so viel, oder? Sicher ist falsch. Doch, er ist auf Rangstufe. Drei gibt es das erst. Du hast 30 Feder. 40 Kupfer. Schwarzpulver. Sprengkapsel. Okay. Ich glaube, ich brauche ein Ethanol da noch. Jawohl, Ethanol. Diesen. Nein, ich will nichts kaufen. Für was dann? Ja, was ist die Werkbank? Ich brauche 500 Ethanol. Was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Bitte, null. Ah ja, das Brapper versteckt da. Da können wir machen. Was ich da markiert habe. Jetzt und raus. Dann müssen wir ein wenig. Wenn ich mich so umsehe, sehe ich die längste To-Do-Liste der Welt. verbesserte effiziente erster hilfes steht da okay heilkräutergarten ufer 1 von 3 meine heilkräuter das ist die schütze zu finden sind aber die meisten leute die da rein gehen Kom nie wieder raus. Alter, okay. Ah, da. Schau, da kommt noch was Nähma. Wo? Da, Pflanz, aber da kommt noch mehr. Ach, die Haubekopp, komm mal. Ja. Aber das Tschechroben. Du gehst schon deinen Weg, Cap. Sich, ich will. Ja, ja, Cap. Jaaa, ist eh klar, mach mir die Tür von der Nase zu. Wuhuhuhu, mach mir Atme. Ich wird gerade unser Kaffee töten. Ey, da, da, wie's du willst. Oder willst du jetzt zu Fuß rein? So, da führt er Strasse hin, oder? Ja. Was bin ich, wo ist mein... Alles. Für Wölfe kriegt man Titan, geil. Ja, ich weiß. Also, ich hab das nicht gewusst. Ob ich das jetzt krieg? Wo ist das Mobile? Vielleicht stehst du ihn weg für das Mobile? Ich bin ganz weg, geil. Ich bin vor der Dio. Wie fahren? Ah, jetzt ist es da, schau. Was auch passiert, ich bin froh, dass Carmina zurück ist. Jaaa, super. Du stehst ja wohl auf die Carmina anscheinend, ha? Bin ja froh, dass die Carmina wieder da ist. Wer war das? Ja, ich war das. Was? Haha. Hirsche! Egal. Sauervor. Hey, da ist was, da ist was, da ist was. Was? Da wär was zum Aufsammeln gewesen. Ich steig ihn raus. Oder? Pflanze! Juhu! Jaaa, Heilmittel, oder? Jaaa, Heilmittel, oder? Jaaa, ohhh. Ein Federgärm. Einmal schnell. Ähm, najaaa. Dann fahren wir. Oh, wie der Pflanze fehlt. Ohhhh. Jaaa, nur mitgenommen, wenn wir eh schon ausgestiegen sind, oder? Ich will. Du kannst fahren jetzt da wieder bei Niedermaller. Der hat sich selber gesprengt, der Wahnsinnige. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Sieh nix! Lass ihn ihn. Ja. Da liegt er. Ja. Da mal. So, paar Komponenten und Schwarzpulfern. Naja, da bin ich aber erleichtert. Ja, da ist auch noch was. Ah, Vorsicht, da brennt was. Naja. Ja. Ja, wenigstens sind wir nicht schuld. Ob diese gegenseitig niederbrennen, oder? Alter, was war das? Was war das? Was war das? Ja. Ja, wenigstens sind wir nicht schuld. Wir sind unschuldig. Wir sind nur vorbeigefahren. Was hast du denn du für ein Snapperle? Halt jetzt. Nein, gar keins. Das ist sich nicht ausgegangen. Ja, okay. Aber es ist eh wurscht, weil das hat eh keinen Schuldempfer gehabt. Nein, das hat sich voll leise angefangen. Ja, nein. Ja, das ist ja das andere. Das Repetier-Sturmgewehr da. Winchester im Prinzip. Okay. Tut doch gar nicht. Erledigt. Wow, Alter. Ja, voll. Stufe 2 Waffen. Schon geil. Jubel. Snapper. Ah, das ist das mit den Beeren, oder? Keine. Ich hab jetzt mein... Das hab ich schon gesehen. Und ich hab jetzt mein Dings... Ja, und ich hab jetzt mein Dings daheim lassen. Mein Snapper hat's daheim lassen. Mein Snapper hat's daheim lassen. Oh, das ist echt leer. Das ist echt leer. Oh, das ist echt dünn. Ich habe neulich in der Nähe der Kirche gebündelt und dabei so eine Art Krypta unter dem Gebäude gefunden, wer hätte das gedacht. Es sah wie der perfekte Platz für meine Vorräte aus, also habe ich alles schon ordentlich aufgeräumt und den Schlüssel dem neuen Bären gegeben, den ich trainiert habe. Er kommt immer angerannt, wenn ich das Signal gebe, so wie wir es geübt haben. Ich habe mich noch nicht einmal ausgeschlossen. Was heißt das, müssen wir den Bären trainieren, oder wie? Aua. Na. Der Bär hat den Schlüssel. Wir müssen den Bären holen. Wurfmesser voll. Da ist irgendwo eine Klapperschlange. Wo bist du? Da bist du. Wollt doch, hat er markiert? Spann ich jetzt der schon. Da sind Zahnräder, wenn du sie brauchst. Ja, ich glaube, die habe ich die oder habe ich die nicht? Ah, die habe ich noch nicht. Titan braucht man, gell? Ja, die sind auch noch irgendwo. Ja, Titan sind meistens in einem See drinnen. Na ja, von den Wölfen kriegt man es auch. Brett. Da sind auch Zahnräder, schau. Ich muss ihn dazu gehen, rauf. Da sind auch Zahnräder. Äh, die habe ich schon. Die war ja nicht, was ich gemeint habe, oder? Mal muss ich den Bären, oder? Warte mal, ich muss mir das... Warte mal. Was? Es sieht aus, als hätte sie das ganze Training endlich gelohnt. Bringt die Glocke irgendwie zum Klingen und der Bär kommt nach ein paar Tönen angerannt. Er schnappt allerdings immer nach mir. Da merke ich, wie sehr mir Cheeseburger fehlt. Ich habe noch nie jemanden mit so einer schlechten Laune erwischt. Er erinnert mich an Sharky, als ich ihn mal in seinem Feldanzug ertappt habe. Vielleicht war es ein Fehler, ihm die Schlüssel anzuvertrauen. Aha. Also müssen wir den Bären erledigen, oder wie? Ja. Der kommt. Da ist er. Töten. Töten. Ach, das ist ja das. Der rennt nicht auf, ah. Echt? Ich kitzelst dir am. Oder wer? Ich kitzel dir am Arme. Mit der Pumpgun. Au. Au. F***er. Osnach. Ja. Oh, ein Bärenfell. Gryzzlybärenhaut. Jawohl. Da ist auch was, schau. Munition. Bippie. Aber wieviel brauchen wir denn von die Dings noch? Zwei brauchen wir noch. Ich wäre es sicher. Da geht's rein. Jawohl. Für was? Ich wäre es sicher da drinnen sein. Die Zahnraueln. Was? Zahnraueln? Für was brauchst du denn euch Zahnraueln? Ja, die Dings. Dass ich das fertig hab da. Ach so. Du musst die Vorteilpunkte kriegst, oder was? Na, das. Er sucht, er verändert. Obwohl ich habe das neue erfahrenende Zentrumsschild ausnahm gehangen. Alle bescheidigen sagten, dass ich mir helfen kann, ihr ein bisschen zu leben. Aber der Bär irgendwann stimmt nicht. mit diesem Bären. Der guckt mich immer so komisch an und schmerzt dabei. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass er hungrig aussieht. Wie auch immer, die Sache gefällt mir nicht. Aha. Da ist er safe. Juhu. Da da sind. Genau, da sind sie. Eins. Ja, jawohl. Zahnvolle. Federn. Das erinnert mich irgendwie an den Dings. Hast du die Münzen da schon? Ja, ja. Ich war da schon überall. Aha. Ich mache mir den Safe auf. Weil... Kann ich auch. Mittlerweile. Das war meine Hand. Was ist das? So, ist aber fertig da, oder? Ich habe jetzt gerade 10 Vorteilspunkte gehabt. Ich habe jetzt gerade 10 Vorteilspunkte gehabt. Ich habe jetzt gerade 10 Vorteilspunkte gehabt. Darum sage ich auch. Das geht auch voll schnell. Okay. Ja, das ist nicht mehr schwer. Schau. Jetzt haben wir den vierten Ding. Woffen. Ah ja. Mehr Erste Hilfe setzen. Nein, das braucht er dabei noch nicht. Ach 10. Himmelsstürmer. Brauche ich auch nicht. Angler. Das ist ja mit Angeln. Angeln eigentlich, oder? Ja, das ist ja wahr. 5 bewaffnet und bereit. Lade nach, während du mit halbautomatischer Faustfeuerwaffe oder Scharfschützung gewert hilfst. Aha. Brauche ich alles. Du verursachst deinen Gegner Geräusch wie mit Wingschneider in der Schmutzung gehockt. Eher die Deckdowns warten noch besser. Ein Wingsuit. Brauchen wir ein Wingsuit? Brauchen wir. Kurzschluss. Ich habe da noch nicht genommen. Ein Sturmgewehr da. Amateur. Ein Sturmgewehr. Amateur. Sechs noch. Verdecken. Die habe ich schon gesagt. Was war das jetzt? Heee. Was? Alter, was? Scheiße. Alter, mich greift da was an. Ja, ist ja schon hin. Sehr schön. Was? Was? Schon wieder, oder was? Ja. Wildschwein. Hey, Herausforderung abgeschlossen. Jawohl. Mistviecher. Und wieder zwei Vorteilspunkte. Ja, voll, gell. Darum sagen wir, das geht ja voll schnell. Die fortgeschrittenen Deckdowns ist eine Volldeuer. Mehr Erstehilfe seht. Mehr Leichter Munition. Mehr schwere Munition. Nichts. Ach ja, Mechaniker verringert die Überhütung von... Ja... ok... Ha! Bist du oft? Ja! Was hab ich Angst? Weiß nicht, also wo hirschen? Dank hirschen. Da oben ist noch einer. Ja... Ich hab mir die Angel genommen. Jawohl Angel. Ja, ich will das einmal ausprobieren. Gewuscht. Old Bessie. Kritischer Treffer war das, oder? Hirscht sich so, schau. Das ist auch eine Herausforderung. Ja. Ich hab's gehabt gemerkt. Ein Punkt. Ja. Ein Punkt, alter. Super. Aber... Warum kann ich da nicht angeln? Weil du das ausrüsten musst, oder? Ah, jo. Ah, jo. Alter, das... Hey! Hast du das? Ja, verstrahltes Gebiet. Hast du das? Ja. Na, Flieger, oder? Verstrahltes Gebiet. Kein Flieger. Bei mir wird aber nichts sagen. Ja, wenn ich weiter vierig gehe, da und da. Äh, jetzt ist es weg. Aber ich hab da einen Fisch gesehen schon. Okay. Mal. Warte alle. Da ist er. Ja. Mist Hund. Hey, das find ich aber schon ein wenig scheiße. Wieso? Ja, der Hund jetzt so lange gebracht hat, dass er die Angel weggetan hat. Na, schon wieder, schau. Oder? Jäger und Sammler. Erfolg. Ja, doch da der... Hast du denn da einen Angel, oder was? Jaja. Eine Steinforelle. Herausforderung aufgeschlossen. Gefangen. Ja, Stier... Stierforelle. Ja, Stierforelle. Ja, komm einer da. So hartes... äh... Widerspenstiges Tier. Jo. Fangen wir nun an, oder? Ja, mein, oder? Die kommen nicht von alleine. Ja. Alter, das Fischen ist aber schon einfach. Ja, das ist aber ein leichter Stöhr. Da gibt es Stöhr, die viel schwieriger sind. Ja, schau, aber wenn ich mir das Angeln bei Red Dead auch schau. Ja, das war aber eh beim Fünferteil auch so, gell? Ja, oh ja. Ich hab mich auch... ...verschiedene Köder gebraucht. Ja, Angeln hast gebraucht. Das gibt... Na, Köder. Oder? Nein, Angeln. Weil das gibt es ja da auch nicht mehr. Da haust du einfach die Angeln aus und gut ist. Na, ich weiß nicht, ob es da andere Angeln... ...kass, was hieß denn das? Ein Bär oder wie? Nein, ein Wildschwein. Die haben wir ja eh schon alle. Was hast du da für... Da oben sind drei. Du hast sicher, dass du eine mit Schalldämpfer machen. Ja, eh. Aber kein Scharfschützengewehr. Ach so, ja. Das ist doch Stummgewehr. Es hat... Oder zwei. Pass auf. Habe ich den? Na ja. Weil es wusste ihn halt, oder? Aber voll. Wo sind wir denn überhaupt? Na auf die Karte. Keine Ahnung, was wir tun. Nein, ich hab gesagt, wo sind wir, nicht was tun wir. Ach so. Ja, beides ist aber ein guter Frock, gell? Ich geb ihn sie ja. Ach, da da. Das waren noch Klebebänder. Außen-Post. Waffen-Fabrik. Da hätten wir auch noch Außen-Posten. Hast du... Hast du ihn schon befreit? Nein, oder? Wenn. Ja, denn... Weiß ich nicht, wie der heißt. Dann musst du am Anfang halt brauchst. Ja, ja. Sonst kann man... Ja, ja. Ja. Nick Rye. Nick Rimes. Haha. Nein, Thomas... Thomas Rush hab ich befreit. Na. Da hat er. Alter, sieben Vorteilspunkte schon wieder. Ah. Jetzt holen wir... Na, ein Winxhut. Weiß ich nicht, ob man den braucht am Anfang. Glaub ich nicht, oder? Ah, da, da. Oh, Fernglas. Okay. Das ist wichtig. Ja, das... Das hab ich auch. Ja. Das hab ich auch. Das hab ich auch komplett übersehen. Haha. Willst du zu ihr anfahren, oder wie? Ich geh grad. Was? Achso. Klebebandl. Ah, okay. Ja. Der Mittel. Kann man da überhaupt tun, oder? 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 Da ist ein Boot. Ich hab grad zwei erledigt. Wieder mal. Da... Aber das ist ein Boot. Schon geil, weil die Hund abräumen und... ... jetzt warf auch immer nicht am Metzen, he. Ja. Achso, du warst ein... ... Werfer da. Ja. Ja. Aber sobald da... ... die Gegner Stufe 2 sind, kannst du das auch schon vergessen. Ja. Ja, dann ist kein One-Hit mehr. Ja, bei mir schon, weil meinst, ist ein Stufe 2 Dingsbombs. Achso. Ja, okay. Da oben ist noch einer. Nein, das ist... Das ist keine Uhr. Das ist aber ein Ding, oder? Das ist dein Freund. Bist du schon bei mir? Du hast wohl neun Leben, was? Ich bin bei dir, ja. Dieser Planet war dabei, sich zu erholen. Wir waren dabei, uns zu erholen. Und dann rollen diese verkackten Invasoren hier an. Denen ist alles scheißegal. Jawohl, scheißegal. Schauen wir mal. Ja. Und jetzt zu, dass da runter und dann siehst du sie wieder hin und gibt da Ruhe, oder wie? So ungefähr. Bin, ich habe dich weggeschickt, weil ich in Wahrheit im Sterben liege und ich nicht, dass du den Scheiß mitbekommst. Du bist nicht bereit für sowas. Aber irgendwann wirst du es sein. Du musst... Du musst, Punkt. Finde eine neue Familie. Mach dich nützlich. Leute werden dich beschützen, wenn du nützlich bist mit Wikipedia. Ja. Und so. Es gibt zu viel Zeug, was ich dir nicht mehr beigebracht habe. Aber du schaffst das schon. Mach einfach weiter so. Aber bitte verdammt noch mal niemanden, deinem Papa zu sein. Aber bitte verdammt noch mal niemanden, deinem Papa zu sein. Okay, denn gibt es nur einmal, dass er dann alles hat. Wiederschauen, Papa. Das hast du letzte Nacht auch. Okay, Klebeband, Klebeband, wo seid ihr? Da ist noch eins. Eins brauche ich noch. Hast du da unten irgendein Klebeband noch gefunden? Nein. Ja. Die sind oben gewesen, wo ich gefunden habe. Zwei oder drei? Zwei. Ja, ich brauche aber nur. Und wieder Herausforderung, oder? Forst Feuerwasser,呼ender. Was ist der? Ah, du! Und wieder? Ja. Was ist denn? Jaja? Für mich. Für mich deinaiah comedy. pierwsze ist eine starke unbeam. Meine pequener déter mourer. was war oder wieso hast du da oben und rückwärter und rückwärts haltet es braucht immer winseln Jetzt rennen die davon. Waaat. Jetzt wurde die ganze Munition verballert. Nur wegen dir. Wieso? Ja, du hast ja nicht geschossen. Ja, weil ich was geschaut hab. Ja. Juhu. Ich hab ein Lager entdeckt. Da ist eine Feder, oder? Eine Feder, ja. Öff. Öffmal. Sonst nix. Kann man da nicht in das verstrahlte Gebiet rein, oder wie? Ich schätze mal, da wirst du hinwerden. Achso, da ist ein Ladenbesitzer. Da ist ein Haupt, da schau. Da ist ein Blümchen. Ein paar Blümchen. Da drum ist ein Boot. Ja, aber das bringt uns ja nix. Das Boot. Ja, muss aus. Das ist ja auch ein See. Jawohl, da gange jetzt weiter. Da kommt man eigentlich schon mit Boot fahren. Dass dir das alles grau hält. Kommt noch ein wenig ein Laufdecken, oder? Du musst das machen. Schwimmst du zum Boot, oder wie? Ja. 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 Oh weh, Frau am Steuer. Oder? Ja. Weh. Ist du oben? Frau am Steuer. Ja. Jetzt kann ich dir da voll im Hinterkopf schießen. Da war es voll gescheit, geil. Ah, was ist? Ja, hast du das nicht? Ich kann nicht weiter fahren. Echt? Ja. Ich muss da ein wenig am Rand fahren. Weil da drüben ist nämlich alles verstrahlt. Verstrahlt das Kepi sofort umgekehrt. Ja. Ja. Oh, ich schau. Ist es da auf der Karten aus? Okay. Auf der Karten geht es. Ja. Auf der Karten geht es, ja. Ja, aber ich glaube, da habe ich die Berge geholt, oder? Da fangt es halt an. Ja, glaube ich auch. Ja, die Karten ist ja eklig. Ja, na gut, ich sollte man schon verteilen. Ja, ja. Die Rippen geht es auch, aber. Alter. Ja. Ja, der Bootshändler. Ja, der ist höchst gar. Haben wir den jetzt aufgedeckt? Ja, den haben wir eh aufgedeckt. Nein, da ist ein bisschen steigst du raus. Ich möchte jetzt schauen, was für Boote, das man da kaufen kann. Müll. Müll. Metallrahmen-Schlauchboote. Ja, hey, Alter, es gibt genau drei Boote. Das ist ja ein Witz, oder? Rang zwei Boote gibt es da gar nicht. Nur Rang eins und drei. Okay, passt, das ist erledigt. Wart, darf nicht! Ich bin eh noch da. Ich bin da. Bin hier, bin hier. Müll, Müll, Müll. Müll. Nochmal ein Boot. Alter, du hirscht die Kräfte, Mann. Ich glaube, ich spiel ein wenig. Dein Fell hol ich mir. Juhu. Ich war eh rückwärts gefahren. Da ist ja ein gescheitertes Boote, schau. Wo ist denn der Hirsch jetzt, oder? Da unten ist er. Ja. Alter, nein. Ja. Was ist mit dem weiterfahren? Sicher, warum nicht? Ja, okay. Okay, gut, ist krass. Ja, du. Das ist dein Spiel. Du bist ja mit. Ich sitz mich da her und du fährst. Aber du kannst angeln. Wirklich. Ja, gut, ist aus. Ein Händler. Fahr'n wir da weiter? Fahr'n wir da rechts weiter? So, warte mal. Bin grad bei den Angeln gewesen. Du kannst eh angeln. Äh. Ich fahr' mal. Du, Angeln. Ja, ja, ja. Nein, du musst eh da weiterfahren. Das passt schon. Okay. Schwarzparsch haben wir. Neuer Artentdeck. Aber dann, hol' einmal den Ding sein. Angeln dir mal. Wir brauchen ein Schwarzparsch noch. Achso, für was? Für die Herausforderungen. Ja, das ist wieder nur Fahrelle. Nur Fahrelle. Der war da hinten. Der Schwarzparsch. Okay, machen wir mal schnell eine Pause. Ganz kurz. Sicher. Warten wir mal in der Feuerwehrwänger da. Nicht, dass uns irgendwas angreift. Nicht, dass uns irgendwas angreift habt. Nicht, dass wir sont immer wieder predomin interconnect und nicht mehr. наших Gäste confine. Wir haben dort, wie wir uns beziehen können. Ja, bis uns auch fast auf den Ins� studying. Wenn man hier, Crusichten, müssen wir noch etwas bunlarная. Chlangen,sam coaching machen in diamond tree gehen darf. ...